Wir Goap-Metzger haben schon wieder etwas Neues herausgefunden, und zwar die Wurst des Kolumbus. Schauen Sie hier die Wienerchen, die haben in der Mitte ein Loch gefüllt mit Senk oder für die, die es lieber haben, mit Ketchup. Die Wienerchen mit heissen übrigens Hotmax und sind exklusiv bei Goap und erst noch in dieser praktischen portionierbaren Verpackung erhältlich. Es ist doch eine gute Idee, dass Goap bei der Würst auch gerade noch den Senf dazu gibt. Weitere gute Ideen von Goap sehen Sie gerade anschliessend. Ein paar Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Goap. Goap eist sie im Vierenpack für nur 2,80 €. Hinje Mineralwasser im Haras an 12 Liter für nur 6 Franken. Und eine Dose Nisquik Kakaogetränk, 2 Franken günstiger für nur 6,75 €. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Goap das Kilo Schweizer Tomaten für nur 1,20 €. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!